Mausenkratz liegt westlich der Highlands. Wenn du den Slapking suchst, dort wird er sein. Aber Vorsicht, er ist ziemlich daneben, seit Hyperion seinen Hund gekillt hat. Control Core Angel ist oben auf diesem Berg. Dort befindet sich auch der Kammerschlüssel. Der Slapking haust auf dem anderen Felsen. Er kann uns... Eindringling, heil ab! Eindringling, heil ab! Eindringling, heil ab! Auf den Schaffern, wir haben Kille geschenkt! Auf den Schaffern! Triff mich doch, du Schaffern! Oder schnapp sie! Vorsicht! Vorsicht! Sei genug! Du musst dich! Sei vorsichtig! Ich bin der Brrrkeep! Ich wollte Ruhe geben! Nein! Ihr von dir, die Schweine, musstet wieder anfangen! Ihr musstet das nicht umlegen! Wenn ihr mich in Verdienten behandelt, dann nehm ich mich auf die Einer! Moment! Jetzt mach ich jetzt! Blutiger Sand! Du musst doch meine Schnellen zurück! Wraaah! Wraaah! Wir haben Zeit für Karte! Ich führe das rum! Ich führe das rum! Ich führe das rum! Schiebe das noch! Nein! 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 Ich werde das rum! War noch ein Welpe, fast so bravend, mein erster Hund. Bestell deinen Busk, ich mach mit ihm das in Luft. Ich halte mich nicht raus. Du langsamer. Du, was heißt das, die sind nicht verneutig. Oh, das muss ein neuer Recruit sein. Okay, Jungs, drehen wir sie durch die Mache. Ah ja, der Schleimking wird erst mit dir reden, wenn du seiner Gang neigetreten bist. Wir werden lieber einfach den Aufnahmen durchs Leben für dich geplant hat. Und dann die Garticht. Und dann die Garticht. 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 Ah! 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 Hölt der lecklein, Mann! Lieber sauf nachzutieren! Lieber es! Wiemals! Oh! Hey! Oh stink! Das war's für heute. Oh! Du hast es durch meinen Thron reingeschafft, Rekrut. Aber jetzt wird es Zeit für die echte Aufnahme. Ich selbst? Zerfleischte! Nein, ich halte es nicht auf! Und wenn man nicht ein Kammerjäger kämpft, das ist eure Chance. Welch wunderschönes Elend. Habt ihr gesehen, wie das Gesang von Typen geschwitzen ist? Ich kann erfreuen! Sauberer Schatz! Hau auf den Friesen! Du darfst, du Halt her! Ehrlich, du lässt uns nicht raussehen! Slabs, schnappt ihn euch! Ich hab dir ja gesandt! Du Slabs, sag die Scheiße! Nein! Oh mein Gott! Du sollst! Also zur Seite wird es geflogen, was ihr das? Hey! 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 Tja! Hey! Hey! Wenn ihr es löst, ist meine nichts geringen Rekruten schafft. Wie wollt ihr das Schatten besuchen? Warten bis ihn da zu schwierig tut? Halt bis ihn, bis ihn, bis ihn! Hii! Lass das Blut weiter fließen. Schiebe den Box! Du hast einige meiner besten Männer gegrillt, um mich zu treffen. Dazu kann ich nur eins sagen. Das... Das... Kaffengeil! Was willst du? Du bist der größte Badass aller Zeiten! Und du hast die Aufnahme überlebt! Stolz nenne ich dich einen Slap! Ja, geil! Wir sind alle so stolz, dass du uns auf meine Brüder getritten hast. Du bist einfach nur für Wohl. Und das ist absolut nicht sarkastisch gemeint. Ja! 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 Da gehört der Schmerz in! Ich hab's verdammt. Ja, du kannst mich nicht kontrollieren! Ich hasse mich! Au, du bist ein wahres Fett! Ja, ich konnte nichts mehr schliessen. Neh, du kannst dich selber abschliessen. Oh, ich glaube, du hast mich nicht ein bisschen mehr verletzt, hier. Du bist ein wahres Fett! Ich habe mich schon gefragt, wann Roland seinen Gefallen einfordert. Der Bunker, hm? Da du jetzt einer von uns bist, könnten meine Kopter dir helfen, den Platz zu machen. Richte Roland aus, dass ich dabei bin! Tolle Leistung. Mit Brick an unserer Seite dürfte es leichter werden, an dem Bunker vorbeizukommen, der Angel schützt. Komm jetzt zurück. Dann sehen wir mal, wie wir durch die Tür kommen, die sich nur für Jack öffnet. Ich mache dir die Tür auf. Dann hat der Kammerjäger also die Slaps getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit Mörserbombardierung. King! Er schießt wieder Mörser ab! Er setzt Mörser ein! Oh, verdammt Slap! Wir müssen diese Mörser aufhalten, sonst wird niemand übrig sein, der dir mit dem Bunker hilft! Folgen mir! Jack muss einige Transmitter gesetzt haben, um seine Mörser zu leuten. Denn wir die Transmitter nicht zerstören, sind wir geliefert! Verantwarschen, du beseitigungsvoll! Gun! Sieden glossy der Tr February! Sie sind vermöbeln! Was ist das? Wir müssen die Zieltransmitter zerstören. Die lenken die Mörber. Wir bezahlen der Slapkink. Geht mir Wasser. Halt mich vor den Zielkreisen. Pass auf die Mörser auf, Slapkink. Ich zerstöre den Schlägen. Der Schläge ist unten, Slapkink. Greif die Transmitter an. Schau? Halt mich. Halt mich. Hass kostet. Die Täter! Die Täter! So sieht! Hahaha! Das ist mein Schlaf! Das hat sich ja nie getan! Zumhört! Ich sehe noch einen Transmitter! Den knüpfen wir uns vor! Ich zertrümmere den Schild dieses Transmitters! Ich habe den Schild gesprengt! Hilf mir den Transmitter zu zerstören! Verdammt, Boss! Schafft sie voll den Transmittern weg! Der Schild! Der Schild! Hey, lads! Das ist mein Slash! Mein Transmitter, den Knappstier und Schor! Ich kümmere mich um den Schild! Ich hab den Knappstier-Schild zerstört! Halt ihn an! Komm schon! Wie schwer kann es sein, einen Kammerjäger und einen wandelnden Fleischklaps zu töten? Schnappt sie euch! Schmerz! Hyperion empfiehlt, mehrmals tief durchzuatmen, bevor sie ihre Börder Rache schwören. ... und wieder zuzugehaben. Vaya Kind! Und dann zum Nasserswirtschaft zur Börder Linsie? ahn mit ihremン der Börder Rache. Böder! originein! corrienteel! Abwegeke, Halt harten! Er W Collectorspit어� trained! Gäste! Er Wunschgefühl! 豹, mein recurseverd хозяins personajes, WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. 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 WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR.